Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Projekt, bei dem es sich um einen Let's Read handelt. Allerdings einen Let's Read der etwas anderen Art. Wenn ihr mal auf YouTube Let's Read eingebt, werdet ihr wahrscheinlich ein paar Sachen finden. Allerdings, zumindest das, was ich gefunden habe, sind das eher selbstgemachte Hörbücher. Also es wird stumpf, ja was heißt stumpf, aber es wird vorgelesen einfach nur. Was mein Plan ist, ist, dass ich quasi ein Let's Read im Vergleich zu einem Let's Play zum Beispiel mache. Nur, dass ich halt keine Videospiele spiele und kommentiere, sondern ein Buch lese und dabei meine Leseeindrücke einfange. Ich werde also Mittagstirkus lesen. Dafür habe ich mich entschieden. Ähm, ich habe lange überlegt, wollte erst Harry Potter machen oder keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme vielleicht auch etwas eher Unbekanntes, um das auch mal an die Leute zu bringen. Ähm, ich habe auch vor kurzem noch den Film dazu gesehen, also habe ich da quasi auch noch einen Vergleich zu, kann dazu auch noch ein bisschen was sagen. Und ja, dann wollte ich das einfach mal ausprobieren und gucken, wie es ankommt. Ähm, ich werde mal damit anfangen, den Klappentext vorzulesen, um mal ein bisschen da reinzukommen. Und dann werde ich einfach mal beim ersten Kapitel anfangen. Also viel Spaß. Ich ließ den Blick noch einmal an dem gruseligen Gebäude hinaufwandern und schluckte. Es sah genauso aus wie die Häuser in den Horrorfilmen. Wir blickten uns an und wussten beide, dass wir schreckliche Angst hatten. Aber wenigstens waren wir zusammen. Gehen wir rein? fragte Steve. Klingt doch schon mal spannend. Ähm, ja. Wie gesagt, das wird ein Film zu, der sich erheblich von dem Buch unterscheidet. Ich habe das Buch schon mal gelesen, ist jetzt aber schon eine ganze Weile her. Also wird man da doch ziemlich viele erste, in Anführungszeichen, Leseeindrücke von mir zu erwarten haben. Ähm, ja. Dann wollen wir mal. Der Mitternachts-Zirkus. Einleitung. Ich war schon immer verrückt nach Spinnen. Schon mal eine schöne Einleitung. Ich hasse Spinnen. Ähm. Als ich noch kleiner war, habe ich sie gesammelt. Ich verbrachte Stunden damit, in den staubigen alten Schuppen, hinten in unserem Garten herumzustöbern und die Spinnenweben nach geduldig lauernden, achtbeinigen Ungeheuern abzusuchen. Wenn ich eines ran, nahm ich es gleich mit ins Haus und ließ es in meinem Zimmer frei. Meine Mutter machte das jedes Mal fuchsteufelsbild. Normalerweise waren die Spinnen nach ein oder zwei Tagen wieder verschwunden und ich sah sie nie wieder. Aber manchmal hielten sie es länger bei mir aus. Einmal hatte ich eine, die ein Netz direkt über meinem Bett webte und dort einen ganzen Monat Wache hielt. Und für mich persönlich wäre das ja eher gruselig. Ich würde sie sofort umbringen, aber okay. Ich bin ja nicht Darren Shane. Ähm. Weiter. Beim Einschlafen stellte ich mir immer vor, die Spinne würde sich herunterlassen, mir in den Mund kriechen, den Hals hinunterrutschen und in meinem Bauch jede Menge Eier legen. Gruselig. Ähm. Dann würden die kleinen Spinnenbabys ausschlüpfen und mich bei lebendigem Leib auffressen, von innen nach außen. Oh Gott, sind das süße Gedanken. Schön. Als ich noch klein war, gruselte ich mich für mein Leben gern. Das merkt man. Ähm. Zu meinem neunten Geburtstag schenken mir Mama und Papa eine kleine Tarantel. Wie? Sie war nicht giftig und auch nicht sehr groß, aber sie war das tollste Geschenk, das ich jemals bekommen hatte. Ich spielte mit dieser Spinne fast jeden Tag, von früh bis spät, und ließ ihr alle möglichen Leckerbissen zukommen. Fliegen, Kakerlaken und kleine Würmer. Ich habe meine Spinne ziemlich verwöhnt. Aber dann machte ich eines Tages, eines schönen Tages, etwas sehr Dummes. Ich hatte im Fernsehen einen Zeichentrickfilm gesehen, in dem eine der Figuren von einem Staubsauger verschluckt wurde. Hier ist überhaupt nichts passiert. Sie quetschte sich nur voller Staub aus dem Auffangsack heraus und war voll schmutzig und ziemlich sauer. Es war unheimlich komisch. So komisch, dass ich es selbst ausprobieren musste. Mit der Tarantel. Natürlich verlief alles ganz anders als in dem Trickfilm. Die Spinne wurde in Stücke gerissen. Ich habe mordsmäßig geheult, aber die Tränen kamen spät. Mein Haustier war tot und ich konnte nichts mehr daran ändern. Schade. Als meine Eltern erfuhren, was ich getan hatte, schimpften sie fürchterlich mit mir. Die Tarantel war ganz schön teuer gewesen. Sie nannten mich einen unverantwortlichen Dummkopf. Und von dem Tag an durfte ich kein Haustier mehr haben. Nicht einmal eine stinknormale Gartenspinne. Ich habe nämlich aus zwei Gründen dazu entschlossen, meine Geschichte zu erzählen. Der eine Grund ergibt sich aus dem, was in diesem Buch erzählt wird. Der andere ist, es handelt sich hier um eine wahre Geschichte. Das Blöde im richtigen Leben ist, dass man jedes Mal, wenn man etwas Dummes tut, dafür bezahlen muss. In Büchern können die Helden so viele Fehler machen, wie sie wollen. Es ist völlig egal, was sie anstellen. Denn am Ende wird alles wieder gut. Sie besiegen die Bösewichter, bringen alles wieder in Ordnung und alles ist in Butter. Im richtigen Leben machen Staubsauger kleine Spinnen tot. Wenn man über die Straße rennt, wenn man über die Straße rennt ohne aufzupassen, wird man von einem Auto überfahren. Wenn man von einem Baum fällt, bricht man sich die Knochen. Das richtige Leben ist gemein. Es ist grausam. Es schert sich nicht um Helden und um ein glückliches Ende. Und auch nicht darum, dass eigentlich alles in Butter sein sollte. Menschen sterben. Kämpfe werden verloren. Und oft genug siegt das Böse. Das wollte ich nur rasch klarstellen, bevor ich mit meiner Geschichte beginne. Eins noch vorab. Darren Shane ist nicht mein richtiger Name. In diesem Buch ist alles wahr, bis auf die Namen. Ich musste sie abändern, weil... Naja, wenn du bis zum Ende gelesen hast, verstehst du das schon. Ich habe keinen einzigen richtigen Namen übernommen. Nicht meinen eigenen und auch nicht den meiner Schwester. Nicht die Namen meiner Freunde und meiner Lehrer. Keinen einzigen. Ich verrate dir nicht einmal den Namen meiner Stadt oder meines Landes. Ich traue mich nicht. Das dürfte als Einleitung wohl genügen. Wenn du bereit bist, können wir anfangen. Eine erfundene Geschichte würde zweifellos in finsterer Nacht beginnen. Und mitten eines Unwetters. Eulen würden schreien und unter dem Bett würde es rascheln. Aber meine Geschichte ist wahr. Also muss ich dort ansetzen, wo sie wirklich ihren Anfang nahm. Alles fing auf einer Toilette an. Was? Okay, wie ihr vielleicht merkt, das kam für mich relativ unerwartet, obwohl ich das Buch schon mal gelesen habe. Demnach lese Spaß. Wie ihr merkt, ist das Buch nicht allzu ernst. Nehmt sich nicht allzu ernst, wenn ihr den Film kennt, werdet ihr das sowieso wissen. Ähm, naja. Kapitel 1 Ich hatte mich in der Schulturnette eingeschlossen. Hockte auf der Schüssel und summte vor mich hin. Meine Hosen waren hochgezogen. Meine Hosen waren hochgezogen. Ich hatte mich gegen Ende der Englischstunde gemeldet, weil mir schlecht war. Mein Lehrer, Mr. Droughton, geht mit solchen Dingen immer prima um. Er ist sehr klug und merkt sofort, ob einem wirklich schlecht ist oder ob man nur so tut. Als ich die Hand hob und sagte, mir sei schlecht, sah er mich nur kurz an, nickte und schickte mich sofort zur Toilette. Ich weiß jetzt, zu unterbrechen, das ist jetzt ein bisschen kronemisch, aber mir wird gerade klar, warum da so viele Telling Names drin sind. Weil es ist ja eine wahre Geschichte und er musste die Namen ändern und da musste er sich ja irgendwas überlegen. Ah. Okay, weiter. Wirk alles raus, was dich quält, Darren, sagte er, und dann kommst du auf dem kürzesten Weg wieder zurück. Schön wär's, wenn jeder Lehrer so viel Verständnis wie Mr. Droughton hätte. Dann musste ich mich zwar doch nicht übergeben, aber weil mir trotzdem noch so komisch im Bauch war, blieb ich in der Toilette. Ich hörte die Klingel zum Stundenende und wie alle aus den Klassenzimmern in die Pause rannten. Das hätte ich am liebsten auch getan, aber ich wusste genau, dass Mr. Droughton nicht begeistert wäre, wenn er mich jetzt schon wieder im Hof herumseilen war. Wenn man ihn anschmiert, wird er nicht gleich wütend, aber er wird dann immer ganz still und dreht Ewigkeiten nicht mehr mit ein. Und das ist fast noch schlimmer, als angebrüllt zu werden. Also blieb ich sitzen, wo ich war, zog mir die Kapuze meines Pullis über den Kopf, betrachtete meine Armbanduhr und wartete ab. Auf einmal hörte ich jemanden meinen Namen rufen. Darren, hey Darren, bist du ins Klo gefallen, oder was? Ich grinste. Das war Steve Leopard, mein bester Freund. Eigentlich hieß Steve mit Nachnamen Leonard, aber alle nannten ihn Steve Leopard. Und das nicht nur, weil er so ähnlich klingt. Steve war das, was meine Mama als ein wildes Kind bezeichnete. Ich glaube, ich sollte die Namen lieber deutsch aussprechen. Die Namen wurden übrigens eingedeutscht im Buch. Im Film ist das nicht so, was ich an dem Film sehr begrüße. Es kommt nicht oft vor, dass ich Sachen im Film besser finde als im Buch, aber das geht ja hier um Übersetzungen, nicht um den Film allgemein. Aber okay, das nur noch so am Rande. Überall, wo er auftauchte, war die Hölle los. Ständig wurde er in Prügeleien verwickelt und er klaute auch in den Läden. Schon im Kinderwagen hatte er einmal irgendwo einen Stock aufgegabelt und damit die vorbeikommenden Frauen gepiekst. Dreimal darfst du raten, wohin. Wo er auch auftauchte, war er verhasst und gefürchtet. Nur bei mir nicht. Schon seit der Vorschule, wo wir uns kennengelernt hatten, war ich sein bester Freund. Meine Ma meinte, ich bewunderte nur seine Wildheit. Aber für mich war er einfach ein prima Kumpel. Er hatte ein unberechenbares Temperament. Wenn er die Beherrschung verlor, konnte er einen richtigen Koller kriegen. Aber immer wenn es so weit kam, lief ich einfach weg und wagte mich erst wieder in seine Nähe, wenn er sich beruhigt hatte. So, das nenne ich mal einen schönen besten Freund. Würde ich auch gerne haben. Steves Ruf hatte sich mit den Jahren ein wenig gelässert. Seine Ma hat ihn zu einigen Spezialisten geschleppt, die ihm beibrachten, wie man sich im Zaun hält. Aber auf dem Schulhof eilte ihm immer noch ein gewisser Ruf voraus und er war eindeutig kein Typ, mit dem man sich gerne anlegte. Auch wenn man größer und älter war als er. Hey Steve, ich bin hier drin, antwortete ich und hämmerte gegen die Tür, damit er wusste, in welcher Kabine ich war. Er war sofort da und ich machte die Tür auf. Als er sah, dass ich mit hochgezogenen Hosen auf dem Klodeckel saß, grinste er mich an. Hast du gekotzt? Wollte er wissen. Nein, erwiderte ich. Musst du noch kotzen? Kann sein. Sag dich. Keiler Unterhalt. Dann beugte ich mich plötzlich vor und gab grässliche Würgelgeräusche von mir. Bäh. Ich liebe es, wenn lauter Fahre schriftlich werden. Das ist echt schön, die zu lesen. Ich mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber ich finde es immer witzig. Aber Steve Leopard Leopard kannte mich zu gut, um darauf hereinzufallen. Wenn du schon da unten bist, kannst du mir gleich die Stiefel putzen, schlug er vor und lachte, als ich so tat, als spuckte ich ihm auf die Schuhe und sie hinterher mit einem Blatt Flohpapier sauber rieb. Habe ich im Unterricht was verpasst? fragte ich ihn, nachdem ich mich wieder aufgerichtet und die Kapuze vom Kopf gestreift hatte. Nö, meinte er, nur den üblichen Kram. Hast du deine Geschichtshausaufgaben gemacht? erkundigte ich mich. Die müssen wir doch erst bis morgen machen, oder? fragte er ein wenig verunsichert. Steve vergisst ständig seine Hausaufgaben. Bis übermorgen, beruhigte ich ihn. Ach so. Er entspannte sich wieder. Umso besser, ich dachte schon. Er hielt inne und zog die Stirn kraus. Moment mal, sagte er dann. Heute ist Donnerstag. Übermorgen wäre dann. Drangekriegt, rief ich und versetzte ihm einen Hebe auf die Schulter. Autsch, brüllte er. Das hat wehgetan. Er rieb sich den Arm, aber ich sah, dass er nur Theater spielt. Kommst du mit raus? fragte er dann. Ich glaube, ich bleibe noch eine Zeit lang hier und genieße den Ausblick, sagte ich und lehnte mich auf den Toilettensitz zurück. Hauf mit dem Quatsch, erwiderte er. Vorhin, als ich vom Pausenhof kam, lagen wir schon fünf Tore hinten. Inzwischen sind es wahrscheinlich schon sechs oder sieben. Wir brauchen dich. Das wusste ich tatsächlich auch nicht mehr. Das ist natürlich sehr viel ausführlicher im Buch, aber das ist ja immer so. Ja, ich glaube von der Zeit her passt es ganz gut, wenn ich jetzt eine Pause mache. Die Seite endet auch gerade mit einem Punkt. Das finde ich immer sehr schön, um dort aufzuhören. Oh nein, ich sehe gerade, das Kapitel geht nur noch. Keine drei Seiten mehr. Passt. Er redete vom Fußball. In jeder Mittagspause machen wir ein Spiel. Normalerweise gewann meine Mannschaft immer, aber wir hatten ein paar unserer besten Spiele eingebüßt. Dave Morgan hatte ihnen das Bein gebrochen. Sam White war in einer anderen Schule, weil seine Eltern umgezogen sind. Und Danny Curtin spielt nicht mehr mit, seit er sich in den Pausen lieber mit Sheila Lay trifft. Seinen großen Schwarm. So ein Blödmann. Ich bin unser bester Stürmer. Es gibt bessere Verteidiger und Mittelspieler. Und Tommy Jones ist der beste Torwart der ganzen Schule. Aber ich bin der Einzige, der vornstehen kann. Und am Tag vier- oder fünfmal einwandfrei trifft. Na gut, seufzt sich und stand auf. Ich werde euch retten. Diese Woche habe ich bis jetzt jeden Tag einen Head-Trick erzielt. Wäre schade, die Serie mittendrin zu unterbrechen. Wir gingen an den Großen vorbei, die wie immer um die Waschbecken herum standen und rauchten. Und trabten zu meinem Spind, in dem meine Turnschuhe lagen. Ich hatte mal super tolle Turnschuhe beim Aufsatzwettbewerb gewonnen. Aber nach ein paar Monaten waren die Schnürsenkel abgerissen. Und an den Seiten hing das Gummi in Fetzen. Außerdem sind meine Füße gewachsen. Die Träte, die ich jetzt habe, sind auch okay. Aber es ist nicht ganz dasselbe. Als ich auf den Platz kam, lagen wir 8 zu 3 hinten. Es war kein richtiges Spielfeld, sondern nur ein längliches Grundstück mit aufgemalten Torpfosten an jedem Ende. Wer auch immer sie dahin gepinselt hat, muss ein Volltrottel gewesen sein. Er hat die Querlater an einer Seite viel zu hoch und an der anderen viel zu niedrig gemalt. Nicht verzagen, Torbuschellen fragen, rief ich, schon halb auf dem Spielfeld. Viele Spieler lachten oder stöhnten, aber ich sah, dass meine Mannschaftskameraden wieder frischen Mut fassten und unsere Gegenspieler die Gesichter verzogen. Ich hatte einen hervorragenden Einstand und er zählte gleich in der ersten Minute zwei Tore. Es sah ganz danach aus, als kämen wir wieder ins Spiel und könnten vielleicht noch gewinnen. Aber die Zeit lief mir uns davon. Wäre ich früher angetreten, hätten wir es noch geschafft. Doch gerade als ich so richtig in Schwung kam, klingelte es und wir verloren 7 zu 9. Gerade als wir vom Spielfeld marschierten, kam Alan Morris angerannt. Er schnaufte wie ein Walross und sein Gesicht war knallrot. Das sind meine besten Freunde. Steve Leopard, Tommy Jones und Alan Morris. Wir waren wohl die komischste Klickkraft der ganzen Welt, denn nur einer von uns hatte einen Spitzennamen. Steve. Seht mal, was ich gefunden habe, rief Alan und fuchtelte uns mit einem aufgeweichten Fetzen Papier vor der Nase herum. Was ist das? fragte Tommy und wollte es ihm aus der Hand reißen. Es ist... Alan verstummte, denn Mr. Dalton schrie etwas zu uns herüber. Ihr vier dort, kommt sofort rein, brüllte er. Schon unterwegs, Mr. Dalton, berührte Steve zurück. Steve ist Mr. Dalton's Lieblingsschüler und darf sich so einiges erlauben, dass er bei uns nicht durchgehen lassen würde. Zum Beispiel, dass er in seinen Aufsätzen Kraftausdrücke verwendet. Wenn ich auch nur ein paar davon hingeschrieben hätte, wäre ich mit Sicherheit von der Schule geflogen. Aber Mr. Dalton hat eine Schwäche für Steve, weil er etwas Besonderes ist. Manchmal ist er im Unterricht einfach unschlagbar und weiß auf alles eine Antwort. Aber manchmal kann er nicht mal seinen eigenen Namen buchstabieren. Mr. Dalton sagt, er sei so eine Art Idiotsverband. Das heißt, er ist ein genialer Schwachkopf. Wie auch immer, selbst als Mr. Daltons Liebling darf sich Steve nicht erlauben, zu spät zum Unterricht zu kommen. Deshalb musste das, was Alan mitgebracht hatte, bis später warten, egal was es war. Verschwitzte und abgekämpft vom Spiel, steppten wir uns ins Klassenzimmer zurück, wo die nächste Stunde auf uns wartete. Damals konnte ich nicht ahnen, dass Alans geheimnisvoller Zettel mein ganzes Leben umkrempeln sollte. Und nicht gerade zum Guten. Das ist doch mal ein wunderschöner Cliffhanger. Also, jetzt mache ich aber auch wirklich Schluss. Ich möchte aber nochmal anmerken, Steve wirkt im Film überhaupt nicht so schlau und ist erst recht nicht mit Mr. Daltons Lieblingsschüler. Aber das meint er so am Rande. Meint er. Also dann, wenn euch dieser allererste Part von meinem allerersten Let's Read als, ich denke mal, neuem Format gefallen hat, könnt ihr ja beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn nicht, dann lasst es halt. Vielleicht lasst ihr mal einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ciao.